Heute hat sich der Rat noch einmal der ganz besonders wichtigen Entscheidung gewidmet vom 14. September hinsichtlich der Umsiedlung von Flüchtlingen zugunsten Italiens und Griechenlands. Wir haben dazu einen Bericht der Umsetzung durch die Kommission gehört von meinem Freund Dimitris Avramopoulos. Die Italiener und die Griechen haben ihren Fahrplan vorgelegt zur Stärkung ihres eigenen Asylsystems. Das haben sie ja mitbekommen. In dem Zusammenhang haben sie auch über die Mobilisierung notwendiger Ressourcen gesprochen im Hinblick auf die Fachleute, die internationalen für die Hotspots in Griechenland und in Italien. 670 Personen sollen zusätzlich eingesetzt werden. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir zwischen 50 und 70 Experten vor Ort. Und dies läuft über Frontex. Weitere 99 Experten werden über das Programm EASO zur Verfügung gestellt, um hier auch die nötigen Kräfte zur Verfügung zu stellen, dass die Flüchtlinge registriert werden können, ihre Fingerabdrücke genommen werden können und erste Gespräche geführt werden können. Das ist auch zu Griechenland sehr wichtig. Griechenland hat einen sehr ehrgeizigen Fahrplan. Es geht ja auch hier nicht darum, Griechenland in irgendeiner Form zu bevormunden, sondern wir müssen Griechenland mit allen Mitteln unterstützen, die wir zur Verfügung haben. Denn Griechenland befindet sich augenblicklich in einer sehr schwierigen Situation, nicht nur politisch oder finanziell, sondern insbesondere im Hinblick auf die geografische Lage des Landes. Und da müssen wir tatsächlich Griechenland helfen.